Leucht-Orgs Agent Leonie Contain starrte die Leiche mit kritischem Blick an. Wir könnten ihn interviewen, schlug sie vor. Er ist tot, Leo, kam ein spöttisches Kommentar von Ria. Sie nahm die Auraspuren des Tatorts auf, während ihre Kollegin nichts weiter tat, als die Leiche anzustarren. Es war ein Leucht-Org. Das ist ein Problem, gestand Leo ein, aber kein Hindernis. Ria verdrehte die Augen und begann Fotos zu machen. Wie bitte schön, fragte sie ihre Kollegin, wie willst du einen Toten interviewen? Wir könnten eine Zeitreise beantragen, schlug Leo vor. Ria pustete lautlos. Weißt du, was das für ein bürokratischer Wahnsinn ist? Ja, ja, murmelte Leo, ich weiß ja schon. Bist du fertig mit dem Leiche anstarren, dann kannst du mir helfen, die Zeugen zu befragen, stachelte Ria. Mit einem Seufzer wandte Leo sich von dem Org ab. Sein Leuchten war erloschen, Ria hatte vermutlich recht. Von ihm würden sie keine Antworten mehr bekommen. Sie sammelten die Erinnerungen der Zeugen in faustgroßen Glaskugeln und fuhren dann mit dem Van zurück ins Büro des MCIS, dem Magical Criminal Investigative Service. Bei Charlie im Labor legten sie die Erinnerungen in das Abspielgerät. Die erste zeigte, wie der Ladeninhaber von nebenan einen Lichtblitz sah. Die zweite Erinnerung war von einer Frau, die die Leiche gefunden hatte. Die dritte war von dem Sohn des Opfers. Es war die letzte Unterhaltung, die sie miteinander geführt hatten. Ich werde verfolgt, ich sage es dir, sagte der nun tote Leuchttark. Ach, Papa, red doch nicht so ein Unsinn. Wer soll dich denn verfolgen? Genau das hätte ich ihn auch fragen wollen, murmelte Leo. Von meinem Nachbarn, diesem irren Schattenelfen. Er sagt, mein Leuchten schadet seiner Gesundheit. Aber deswegen würde er doch keinen Mord begehen, bestand der Sohn. Vielleicht nicht, überlegte der Leuchtorg. Aber ich wette, mein Laden würde er gern haben, um seinen Heilkräutershop zu expandieren. Da hast du dein Interview, schmunzelte Ria. Verdächtiger und Motiv. Aber wie hat er die Tat begangen, wenn wir doch seine Erinnerung haben, wie er zu Tatzeiten in seinem Laden war und ein Lichtblitz sah? Ja, fragte Charlie. Sie sahen sich die Erinnerungen noch einmal an. Alle drei. Da, rief Charlie plötzlich. Bei der Erinnerung der Frau zeigt die Uhr an der Straßenecke 26 Uhr an. Bei dem Schattenelfen zeigt sie 28 Uhr. Seine Erinnerung ist einfach von später und er hat den Lichtblitz gefaked. Na dann los, rief Leo freudig und sprang auf. Nehmen wir den Mistkerl fest.